Sie kennen das. Da kommt eine SMS oder Sie wollen sich einfach nur mal die Fotos von der Wochenendparty mit Lisa und den anderen anschauen. Und schon weiß die halbe Stadt Bescheid. Stellen Sie sich vor, Sie könnten diese störenden Blicke von Fremden vermeiden. Hier kommt die Lösung. Der neue innovative Y-Q-T Blickschutzfilter für Mobiltelefone und PDAs. Das Anbringen des Blickschutzfilters ist ganz einfach und schnell. Die Schutzfolie der klebenden Filterunterseite abziehen und den Filter auf dem Display anbringen. Dann glatt streichen. Das war's. Die Touch-Funktionalität wird nicht beeinträchtigt. Hinzu kommt der Schutz vor Kratzern und Schmutz. Ab einem Winkel von 30 Grad wird durch eine Mikrolamellentechnologie die Einsicht auf das Display verhindert. Entscheiden Sie sich jetzt für den innovativen Y-Q-T Blickschutzfilter in gewohnter 3M-Qualität.